wir standen gerade so schön beisammen du bist weg gerannt mag euch menschen lief so auf zum letzten ficht mein foto machen hier aber ich habe kein foto weg ich habe ein foto ja guck mal bei uns ist gerade nacht und auf dem foto war tag schon mal so was sind die blauen steinchen die blauen stein hier immer mehr rumplanschen da sind sie ich kann auf die autos so wie kommt er jetzt rein schreien nein die lady muss es machen so jetzt programmieren wir das schnell so ja der da ja da mussten nie der rau wäre da ja problem soll ich verstehen wieder die oh man das kann ich mal kaputt machen hey kann er dann mit der nicht hoch oh das verstehe ich nun wieder nicht okay mit dem schieben ich schiebe ist doch easy so und dann musst du den nehmisch durch den kleinen jungen spielen der kleine nur hey plötzlich steht er da komische sache dann kann ich mit der du musst da nicht mehr hoch wieso weil ich hier was dieses umprogrammieren muss mach doch ich bin auf dem weg ich bin runtergeflogen ich hab's gesehen oh fuck das war schwer scheiße so komm jetzt rein du musst dich die tür aufnehmen dann kannst du dich die tür aufnehmen sie haben das labor evakuiert wo ist henry Dr. Wu arbeitet für uns Das ist kein Echter Saurier Nein, ist es nicht Jetzt stellen Sie sich den vor Ein Bruchteil seiner Größe Intelligent, tödlich Kann sich von militärischer Technologie verbergen Töte ihn Ruhig, Große Wir, wir, wir sind auf derselben Seite, oder? Meine Meerjungfrau So, let's fetz So, und nun Darf ich ja was ausgraben? Oh Sehen Sie dieses Rohr? Vielleicht komme ich von da auf die obere Ebene Ja, dann kletter mal Tja Machst du ja erst mal so Sachen Weiter schon Guckst du extra vor dich Du bist so gut zu mir Ja, und du zu mir Such mal eine Schaufel Ja, wo soll die sein? Na, super Oh, wieso? Das war doch gut Knochen! Wir können die Knochen benutzen Kann ich da hochklettern müssen? Gute Arbeit, Junge So 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 Jetzt hab ich ihn kodet schätze nicht schnibbeln ich schnibbel passt das zurückbleibt nach müsste den erst nicht kaputt das warst du ich hoffentlich nicht bezahlen oder achtung was ich vermutlich auf die verwendung seines falschen namens bezieht und aus auch was kann ich machen kannst du rausfinden was die vitrine blockiert moment moment wussten sie dass der apathos auch was nicht kauen kann und seine nahrung am stück von offenbar hat er nie auf seine eltern gerät wieso verstehe ich nicht gute arbeit junge also schiebst hier gleich ja kein bock alleine zu sein schau du ob du da irgendwas machen kannst ja wo soll ich was machen geht nirgends was schnell erst ablenken dann können wir weiter schien und dann er hat feuer mit die fackel das schon wie was soll so was keine ahnung das dampf wird uns oder schon die nur kann ausnehmen ich muss da das alphatierchen rätertierchen diese scheiß Guck mal, jetzt hätte ich den in die Mitte machen müssen. So, einmal machen müssen. Sind doch die Punkte! Ja, wenn der gleich läuft. Oh Mann. Ja, toll. Guck mal rein. Ey, die Münzen. Toll, jetzt gehen wir wieder runter. Ja, da war ja eine Wande zwischen. Ja, mach mal. Tarnmodus. So. Dun, ding, ding. Schauen wir mal, ob wir hier was zu stören können. Oh, Pizza. Immer wieder an Fessen denken. Wenn da ein Stück Pizza liegt. Ja, ist okay. So. Oh, guckt euch die Bilder an und zittert, oder was? Stöckchen? Das war ein Kuchen. Das war eine Pizza. Hier, reparier das. So. Oh, 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 oh. Guck mal auf der T-Rex. Okay, ich muss nur das richtige Hologram finden. Was ist das? Ein Chicken. Max Stewart war kein Chicken. Ja, aber im Film haben sie doch ein Dino gezeigt. Ja, aber auch kein T-Rex. Tricera-Zaps oder so. Nein, auch nicht. Das ist Blut. Das ist Echo. Charlie. Delta. Delta. So läuft das also, was? Ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. 74, 58 mal 2, 190. Wir brauchen mehr. Was? Zähne. Wir brauchen mehr Zähne. Laurie, sind Sie noch da? Sie müssen Gehege 9 öffnen. Neun? Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Wir müssen an ihm vorbeikommen. So. Oh, jetzt kommt hier der Final Fight. Ah, ich kann den Sauber spielen. Na, ist okay. Das müssen wir dann noch so lange machen. So, ja. Da ist, mal gucken. Hier, äh, mir sieht überhaupt kaputt aus. Irgendwo muss ich bestimmt, wenn wir jetzt noch abhören, wenn wir springen oder so. Ja, hier ist so... Hier ist ja welcher Raktor-Schalter. Zeig ich ja. Zwischen nur. Hinten. Einer. So. Na toll, führe zu wieder. Dann sehe ich gar nichts. Tja. Punkt, ey. Ich bin mehr wie ich. Ich muss mal aufhalten. Du musst schon mal aufmachen, oder? Du musst ja klein hier rein. Warte. Du musst mit dem großen Rhein zum Licht anmachen und mit dem kleinen... Echt im Tunnel. Genau. Jetzt sind wir da sicher hier oben. Ja. Ach, schönen Aussichtsplatz. Aussichtsplatz. Lübchen. Hier machen. Hä? Hier kann ich was zerschreien, aber das kann ich doch gar nicht. Äh, kann ich da nicht umgehen. Ah, da drüben lasse ich das Foto. Ich muss das Foto machen. Ein Foto? Na und da. A drücken. Da war doch gerade ein A-Knopf. Ja, aber da war noch was. Das ist mir kaputt, Mann. Da. Guckst du hin. Sehr sexy. Ah, mit dem kann ich schon die Laberte nicht sein. Hm. Da ist die nur was bauen. Das sind gar nicht so gut. Was ist das? Noch mehr Teil, um es fertigzustellen. So, dann muss ich da. Hier. Das kann ich so lange machen, gar nichts, oder? Doch, hier muss ich hochhelfen. Komm her. So, nochmal voll durch. Der schreit zu mir. Ich muss jetzt mal wieder bauen. Ich, ich, ich. Dann schieß mal, was das Zeug hält. Alter. Oh je. Volles Monster. Oh, mal schießen. Und das habe ich geschossen. Mit den, äh, äh. Kommitierchen. Was schießt du deine Dinger ein? Was ist mir jetzt passiert? Kein Pant. Aber wieso schießt ihr hier so weit hinten? Oh, ich habe so einen Vogel getroffen. So. Also ich bin die Raptor und du bist der Schießmensch. Schießmensch. Oh. Schießt doch. Jetzt, passiert dir nichts. Jetzt. Komm her, du. Du musst dich hochspringen. Ich habe gedacht, das ist ein Zeichen zum Schießen. Der macht mich immer kaputt. So, jetzt. Oh, ich kann ja auch mitmachen. Ich mache aber den feinen Schlag. Der feinen Schlag. Wird mal Deutsch oder nur Englisch. Und. Ginger. Ich mache mich locker.